Fachlich gibt es keine Zweifel mehr daran. Wir befinden uns mittendrin im nächsten Mildwinter. Der Winter 2023-2024 ist aktuell deutlich wärmer als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Viele freut das. Da kann man auch in diesem Winter wieder viel Heizkosten sparen. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net am heutigen Montag. Aber viele Winterfreunde warten auch vergeblich auf den flächendeckenden großen Winter. Er hätte ja hier und da kommen sollen, zumindest nach den Hauptläufen. Wenn man diese immer nur abliest, dann kann man zu dem Schluss, irgendwas ist diese Woche im Busch. Schaut man aber auf die Ensemble-Prognosen und auf die mittleren Ensembles, hätte man schon längst erkennen können, naja, in dieser Woche wird es wahrscheinlich mit Winterwetter für alle nichts werden. Wir schauen mal auf diesen kleinen Mini-Winter und zwar im Verlauf dieser Woche einmal genau über Deutschland. Da gibt es diese Luftmassengrenze am kommenden Donnerstag zum Altweiberdonnerstag. In einem kleinen Streifen, da fällt teilweise auch mal Schnee, Regen oder Schnee, viel liegen bleibt davon aber nicht. Denn die milden Luftmassen, die rücken hier aus Südwesten direkt nach. Im Übergangsbereich kann es auch mal Glatteisregen oder gefrierenden Regen geben. Aber an dieser Luftmassengrenze, LMG genannt, im weiteren Verlauf, wird es zumindest mal ein klein wenig spannend. Aber am Freitag ist das alles schon wieder weitgehend durch. Wir schauen mal auf die Bilanz im Februar. Die ersten vier Tage sind vorbei. Sie haben eine mittlere Temperatur von 6,6 Grad Celsius gebracht. Und jetzt nur bezogen auf die ersten vier Tage. Ja, da liegen wir 6 Grad über dem alten Klimamittel drüber und 5 Grad über dem neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Das ist doch schon sehr eindeutig. Bisher gab es 10 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Damit ist das Monatssoll zu 21 Prozent erfüllt. Und wir hatten bisher sechs Sonnenstunden. Damit ist das Monatssoll für einen Februar jetzt erst zu 9 Prozent erfüllt. Mal gucken, was noch nachkommt. Und nochmal der Blick auf diesen Winter 23, 24. Er hat mittlerweile eine Abweichung von knapp 1,6 Grad über dem neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Wir befinden uns genau in dem Bereich, der übrigens auch vom CFS-Modell der NOA vorhergesagt worden ist. Der Winter sollte ja ein bis zwei Grad wärmer als das neue Klimamittel ausfallen. Da liegen wir nur mittendrin, da müsste schon viel passieren in der zweiten Februarhälfte, damit da noch irgendwas rausrutscht aus diesem Sektor. Ein bis zwei Grad. Und wir sehen auch eindeutig, wir befinden uns hier im Bereich der mildesten Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Spannung aber nochmal dieser Woche an dieser kleinen, aber feilen Luftmassengrenze. Wir sehen hier so einen Bereich von Sachsen rüber bis nach NRW um die 0 bis 1 Grad. Und da kann es auch Schneeflocken bis in tiefe Lagen geben. Aber weiter nördlich bleibt es bei leichten Plusgraden, Plus 3, Plus 4 Grad. Ja, und weiter südlich so 9 bis 13 oder gar 14 Grad. Und mittendrin, da kann es eben auch mal Schneeflocken geben. Im großen Rest des Landes ist es eben nur Regen und der fällt nicht zu knapp. Wir schauen mal nach Gelsenkirchen. Die Ensemble-Prognose bis zum 21. Februar. Und da kommt in dieser Luftmassengrenze richtig viel vom Himmel runter. Zeitweise auch mal Schneeregen, aber überwiegend ist es Regen. Und das lässt die Pegel der Bäche und Flüsse nochmal ansteigen. Und danach steigen auch rasch die Temperaturen wieder an zum Karnevalsfastnachtsfaschingswochenende. 10 Grad, sehr mild für die aktuelle Jahreszeit. Danach zurückgehende Temperaturen. Aber wir stellen fest, bis zum 21. Februar, da ist in Sachen Winterwetter wohl immer noch nicht wirklich viel zu holen. Und langsam wird es knapp für den Winter, denn die Tage werden immer länger, die Nächte immer kürzer. Die Sonne steht immer höher am Horizont. Und damit ist es eben auch nicht mehr so weit her mit einem langen winterlichen Witterungsabschnitt, wenn der noch kommen könnte. Aber das heißt nicht, dass irgendwann nochmal März oder April so ein kleiner Nachschlag kommt in Sachen Kälte. Hat es ja immer wieder mal gegeben. Könnte auch in diesem Jahre sein. Wir schauen nach Karlsruhe bis zum 21. Februar. Auch da sucht man den Polarexpress vergeblich. Das genaue Gegenteil ist der Fall in dieser Woche. 10, 11, 12 Grad werden hier erreicht. Und wir bleiben hier auf diesem Niveau. Zum Teil 13, 14 Grad über die närrlichen Tage hinweg. Dazu immer wieder kräftiger Regen. Danach etwas kühler. Aber auch hier sehen wir erstmal keinen Dauerfrost bis zum 21. Februar. Und dann geht es auch hier schon mit schnellen Schritten in den März hinein und damit in den meteorologischen Frühling. Ein Blick auf unsere Wetter-App verrät euch auch in den nächsten 10 bis 14 Tagen, wie das Ganze weitergeht für euren Ort. Einmal mal runterladen, installieren, testen und gerne mal einen Kommentar unter unseren Wettervideos zur App hinterlassen. Das Wetter in der kommenden Nacht relativ entspannt. Viele Wolken, anfangs ein bisschen Regen. Die Temperaturen gehen so auf 8 bis 3 Grad zurück. Nach Süden ein paar Auflockerungen. Morgen insgesamt dann, ja, recht ruhiges Wetter nochmal, aber eben auch sehr mildes Wetter. Wir sehen hier von Westen, da kommen die milden Luftmassen zu uns nach Deutschland geströmt. Insgesamt dominieren die Wolken. Die Sonne hat es relativ schwer. Am ehesten kommt sie mal im Süden raus und es bleibt bei milden Temperaturen. 10, 11, 12 Grad werden gemessen. Vielleicht auch mal 13 oder knapp 14 Grad. Natürlich weiterhin deutlich zu mild für die aktuelle Jahreszeit. Und dann wird es spannend. Zum Mittwoch kommt diese Luftmassengrenze. Liegt dann einmal quer bei Deutschland von Sachsen rüber bis nach NRW. Zum Teil Schnee, Regen und Schnee. Weiter südlich kräftiger Dauerregen. Bei 10 bis 15 Grad. Nach Norden Temperaturen um die 3 bis 5 Grad. Am Altweiberdonnerstag bleibt es dann auch noch bei dieser Luftmassengrenze. Die rutscht aber langsam schon ein bisschen weiter nach Norden. Südlich davon 11, 12, 13, 14, zum Teil 15 Grad. Kräftiger Dauerregen. Vor allem im Westen könnte es sehr nass werden. Mit Schneeregen und mit Regen. Bei 4 bis 11 Grad ist eine große Temperaturspanne am Rhein. Aber so oder so wäre das eher recht ungemütliches Wetter für alle Nern und Nachen. Am Altweiberdonnerstag im Westen in den Karnevals, Fastnachts, Faschingshochburgen. Sonst nach Norden etwas kühler. Um die 3 bis 5 Grad. Hier zeitweise ein Mix aus Sonne und Wolken. Oder zwischen eben diese Luftmassengrenze, die teilweise noch Schnee bis in tiefe Lagen bringt. Damit ist aber zum Freitag dann überall Schluss. Die milden Luftmassen setzen sich voll durch. Temperaturen im Süden 11 bis 14 Grad. Im Norden 2 bis 8 Grad. Überall fällt Regen. Zum Teil ist es windig, sehr, sehr unangenehm. Und natürlich auch in den meisten Regionen weiterhin ziemlich mild. Für die aktuelle Jahreszeit. Wir schauen auf den Samstag. Da sind ja auch zahlreiche Fastnachtsumzüge angesetzt. Immerhin, es sieht tendenziell gar nicht mal so übel aus vom Wetter. Es könnte trocken bleiben. Vielleicht ein paar kleine Schauern mittendrin. Aber ansonsten viele Wolken trüb, doch weitgehend trocken. Die Temperaturen recht mild. Nach Süden wieder 12 bis 15 Grad. Im Norden 7 bis 10 Grad. Und auch der Sonntag, der macht zumindest aktuell mal Anstalten, hier und da ganz freundlich zu werden. Ab und zu ein bisschen Sonnenschein. Und die Temperaturen bleiben, abgesehen vom Nordosten, extremst mild. Im Nordosten 6 bis 8 Grad. Ansonsten 11 bis satte 15 Grad. Wie gesagt, das sind alles Temperaturen. Die erwartet man normalerweise erst Ende März, Anfang April. Und eben nicht an einem 11. Februar. Spannung dann zum Montag, zum 12. Februar. Da ist der Rosenmontag. Große Umzüge im Rheinland, in Düsseldorf, in Köln, in Mainz, die größten. Und das Ganze bei Temperaturen etwas niedriger. 7 bis 9 Grad. Aber viele Wolken. Doch mit etwas Glück bleibt es da auch trocken. Weiter nach Osten dagegen. Da fällt mal ein bisschen Regen. Auch viele Wolken mit 6 bis 11 Grad. Recht ähnliche Temperaturen. Es könnte also noch eine ganz nette Angelegenheit werden zum Rosenmontag. Wenn auch die Sonne sich, naja, ziemlich versteckt. Und wir schauen noch mal weiter auf die Tage danach. Auf den Fastnachtsdienstag, Aschermittwoch und den Donnerstag in einer Woche. Naja, wir sehen, es bleibt sehr mild. Dienstag 4 bis 10 Grad. Aschermittwoch 6 bis 11 Grad. Und der Donnerstag danach 8 bis satte 15 Grad schon wieder. Also der Winter, der hat erstmal überhaupt nichts zu sagen. Nächsten Tagen. Da sind die Schneeflocken schon am Donnerstag und Freitag in der Landesmitte eine richtige Ausnahme. Und das sehen wir auch hier. Diese Luftmassengrenze, LMG, liegt am Donnerstag hier einmal über Deutschland drüber. Grün heißt, in diesem Bereich könnte Schnee und Schneeregen fallen. Blau heißt, hier ist es meist nur Regen. Wir sehen also hier Köln runter bis nach Mainz zum Teil nur Regen. Am Altweiber Donnerstag weiter nach Norden zum Teil auch Schneeregen und Schnee. So ein richtiges Uselwetter, so ein Matschwetter. Und nach Norden dann meist auch nur Regen, was da so vom Himmel runterkommt. Da kommt einiges runter. Wir schauen bis zum Freitagabend. Da wird es richtig nass werden. NRW zum Teil im Norden von Hessen, aber auch hier in Rheinland-Pfalz. 50 bis 60, teilweise 70 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Aber auch nach Norddeutschland, Schleswig-Holstein, Niedersachsen zum Teil 30, 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Und auch hier im Osten 20 bis 30. Nur im Süden hier unten, da ist es relativ entspannt. Richtung Alpenrand gerade mal 5 bis 10 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Da kommt ziemlich wenig vom Himmel runter. Wir schauen auf die Ensemble-Prognose bis zum 20. Februar vom europäischen Wettermodell. Und es bleibt dabei, Richtung Monatsmitte gibt es einen weiteren Trend zur Abkühlung um die 2, 3 Grad. Aber zugleich kaum noch Niederschläge. Also trocken kaltes Wetter ist da möglich. Aber zuvor geht es immer noch relativ mild weiter mit Temperaturen um die 10 Grad. Nur eine kurze Abkühlung an dieser Luftmassengrenze. Und danach wird es noch mal mild werden im Norden. Im Westen relativ ähnlich. Mild bis nach den närrischen Tagen. Danach ein bisschen kühler. Auch hier mittel um die 3, 4 Grad maximal noch. Aber Niederschläge lassen danach. Viel Niederschlag oder Schneegar ist da nicht zu erwarten. Wir schauen nach Ostdeutschland. Auch hier läuft dem Winter buchstäblich die Zeit davon. Es wird noch mal mild. Über das Wochenende hinweg. 10, 11, 12, 13 Grad zum Teil. Danach etwas kühler. Aber insgesamt, naja, die großen weißen Landschaften wird es wohl eher nicht geben. Zwar kühler mit 2, 3, 4 Grad am Tag. Aber auch hier gilt kaum noch Niederschlagssignale. Der Blick nach Süddeutschland. Auch hier bis zum 20. Februar. Erstmal konstant sehr mild in der Region. Um die 10 bis 12 Grad. Teilweise 13, 14 Grad sogar. Danach etwas kühler Richtung Monatsmitte. Aber auch hier immer noch im leicht positiven Bereich. Und das Ganze ohne jeglichen Niederschlag. Und wir schauen in die Landesmitte hinein. Auch hier lassen jeder Schläge nach Richtung 20. Februar. Es wird aber kühler. Also trockenkaltes Wetter scheint gar nicht so unwahrscheinlich zu sein. Und wir hatten es schon mehrfach angeschaut letzte Woche. Das europäische Wettermodell. Die Wochenprognosen. Was wird da berechnet? Hier mal das neueste Update. Wir sehen die aktuelle Wetterwoche deutlich milder im Vergleich zum langjährigen Klimamittel. Aber die folgende Woche um die Monatsmitte herum. Der 12. bis der 19. Februar. Wir sehen da, da ist die Farbe blau hier im Anmarsch im Norden. Und das heißt Temperaturen, die leicht unter dem Klimamittel für diese Woche liegen. Im langjährigen Vergleichswert. Nach Süden meist noch weiß. Ein bisschen rot, das heißt normale Temperaturen bis leicht zu mild. Spannung aber hier zum 19. bis 26. Februar. Und da hat sich was getan. Vergangene Woche war hier noch alles blau gewesen. Deutlich zu kalt. Sollte diese Woche ausfallen. Da hat das ECMWF deutlich zurückgerudert zum heutigen Montag hin. Jetzt dominiert die Farbe weiß noch. Das heißt völlig normal temperiert. Im Norden etwas kühler. Also die große Kälte ist dann nicht mehr zu sehen. Eine Woche später sogar. Da kämen die wärmeren Luftmassen schon wieder hier aus Süden reingeschwappt. Etwas wärmer als üblich. Nach Norden hin normal temperiert. Und wir schauen noch auf eine weitere Folgewoche. 4. bis 11. März auch hier insgesamt im Süden etwas wärmer als üblich. Im Rest des Landes völlig normal temperiert. Wir halten also fest, die Europäer haben auch hier deutlich das Ganze in Sachen Winterwetter nach unten reduziert. Also ganz so viel Kälte wird jetzt auch hier nicht mehr gerechnet. Es wird also wie gesagt langsam, aber sicher immer knapper für eine knacke kalte, hochwinterliche Wetterphase. Wir gehen langsam Richtung Mitte Februar. Und bis Mitte Februar erstmal ist für die meisten weit und breit kein Winterwetter zu erwarten. Ganz im Gegenteil. Es ist deutlich zu warm für die aktuelle Jahreszeit. Wir befinden uns wie erwartet mittendrin in einem Mildwinter. Im Mildwinter 2023, 2024. Aber es hat ja auch seine Vorteile. Viele schreiben es ja in die Kommentare. Ich spare dieses Jahr richtig viel an Heizkosten. Es sei jedem gegönnt. Das war's vom Wetter. Tschüss, bis bald.